Startposition Der Schlägerkopf zeigt nach oben vorne, die Schlagfläche senkrecht zum Boden halten und den Schläger mit links am Schlägerherz vor den Körper halten. Schläger mit der rechten Hand jetzt wie einen Hammer greifen. Zeigefinger schräg vorwärts halten. Die V-Spitze sollte innerhalb dieser Linien sein. Die linke Hand jetzt wieder ans Schlägerherz führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017